Intensive Telefondiplomatie und der Einsatz von Sonderemissären sind dabei zentral wichtig. Persweck-Spiesel muss nach dem Ende der Gewalt eine diplomatische Initiative erfolgen. Persweck-Spiesel, das langfristige Ziel des Ausgleichs und des Dialoges, Hass und Hetze mitten uns, bedeutet Hass und Hetze gegenüber Freunden, Menschenhass und Antitimitismus. Es braucht daher null Toleranz gegenüber uns. Zugleich ist zentral, dass wir ja dann auch ein sofortiges Auflösen von entsprechenden Demonstrationen. Wir brauchen diese leidenschaftliche Klimadebatte, weil die Bahn auf diesen Strecken schneller und vor allen Dingen komfortabler an dieser Stelle ist. Es sollte vor allen Dingen für diese Bereiche ja der wertvolle grüne Wasserstoff eingesetzt werden. Eine sehr komfortable Reisevariante, aber das sieht jederlich sicherlich auch ein bisschen unterschiedlich. Jederlich sicherlich. In München nach Berlin kenne ich wahnsinnig viele Geschäftsreisen, die sagen, wenn wir die internationale Betankung mit reinnehmen, dann nehmen wir im Milliardenbereich. Zuerst eine Frage, wenn man Grüne zitiert, wäre es gut, wenn man Grüne fragt. Andere Länder, zum Beispiel Frankreich, gerade auch mit der Unterstützung der Luftfahrt. Frankreich, Dumping-Tickets für diejenigen. Und wir haben uns klar für den zweiten Weg entschieden. Mit Blick auf die Bombardierung auch von Hochhäusern im Gazastreifen. Ja, das humanitäre Völkerrecht, das gilt. Und daher ist es mir so wichtig, dass wir gemeinsam alles dafür tun, dass die Gewalt beendet wird. Die Gewalt. Weitere Distanzen mit dem Sprinter, mit Blick auf die Entspannung schaffen. Ja, so ist es. Und deswegen ist es, die Strecken müssen modernisiert und ausgebaut werden. Und dass die Polizei mit Blick auf die entsprechenden Täter. An dieser Stelle herzlichen Glückwunsch zur Wiederfall, an den Wiederfall. Unterschiedliche Parteien haben unterschiedliche Vorschläge zur Zukunft unseres Landes. Das macht ja gerade Politik auf. Was ist ein Kind? Frankreich. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.